Hey, guck mal, die haben alle so eine coole Robe, ich will auch so eine Robe. Hey, hallo, hallo, hey, was macht ihr da? Ist irgendwie doof oder was? Was soll das denn? Woher seid ihr gekommen? Doch, jetzt aber. Aua, 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 aber was geht da ab? Was ist da los? Was wird da gespielt? Was ist denn du jetzt? Was soll ich denn machen? Ich blick überhaupt nicht durch. Hey, du Pisser. Hallo. Anakon, irgendwas. Hör mal auf damit. Meine Güte. Hallo. Schluss. Aufhören. Sofort. Ja, siehst du doch. So, jetzt haben wir ihn das mal ein bisschen magig abgezogen. Jetzt kann er nicht mehr, der Penner. Moment. So, jetzt gucken wir mal. Dann, mhm, ja, so. Unerbittliche Macht. Hallo, Pisskopf. Hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Ich check's gerade nicht. Aua, ja, sehr schön. Gehst du jetzt auf uns los, ja? Das haben wir echt super gemacht. Ja, siehst du doch. Was macht er denn jetzt wieder? Hallo, du Penner. Ja, was? Er nimmt ja noch irgendwie gar keinen Schaden, oder? Ihr wagt es, mich herauszufordern. Siehst du doch, Lisbeth. Hau ihn auf den Backen. Hau ihn aus dem Maul. Ja, hm, okay, äh, pass mal auf. Wir haben ein Problem, und zwar, unser Stab ist leer. Ähm, muss man mal gucken, hier. Äh, äh, wo muss ich Eier hier so? Stab des Magnus. Hier. So, Ladung muss man da machen. Tee. Äh, gewöhnlicher Seenstein. So. Kriegt er nicht irgendwie mehrere nehmen? Muss ich das jedes Mal neu machen? Zauberung haben wir verwiselt, ja, Mensch. Ja, Gott, dann haben wir genug. Stab des Magnus. Gewöhnlicher Seenstein. Noch ein. So, jetzt ist er voll. Alles klar. So, okay, raus. Freund, was ist los mit dir? Was ist Steinproblem? Hallo. Aufhören. Moment, oder bringt das was, wenn ich das da drauf halte? Ah. Aha. 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 Dumm dürfst du sein, du musst dann nur zur Hilfe wissen. So. Ankarno. Was macht der jetzt? Hallo. Was war das denn? Ankarno, Pisskopf, das mal auf. Aufhören. So, ja, komm, 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 komm. Ankarno, du, Eierkopf. Hi. Zeig ich mal. Tal Morobe? Der hat ja wieder nichts Gescheites hier. Was ist das denn? Verstörungszauber, 12% wenig Schamanke, egal, das ist ja auch schon wie im Kindergarten hier. Okay, ja, hätten wir, durft ihr, sagst du, habe ich gut gemacht, oder? Hier wird gut safe. Was? Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, Alter. Komm, 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 äh. Ihr wollt also die Arkam Künste meistern. Fragen mal, vielleicht können wir jetzt was kaufen hier, bei dem. So, jetzt pass auf. Steigt Magikam 50, schon mal gar nicht so schlecht. Ähm. Fenderungszauber. Gewöhnlicher Seelenstein. Gefüllt mit großer Seele. Blablabla. Oh, das ist ja aber teuer. Entschuldigung. Ähm. So, ich gucke hier mal ein bisschen durch. Ähm. Sieht aber nicht so aus, als ob er jetzt was hätte, was uns jetzt wirklich hier was bringt. Zauberbuch, Kerzenstein, das haben wir alles schon. Eichenhaut, Steinhaut, haben wir echt alles schon. Wenn die Gäste entstehen. Ja, guck mal, hier mal Bekleidung, was ist es hier? Ach, so, ach, guck mal, hier kann ich sogar auch. Eier cool. Cool. Ja, was auf, ähm, kaufe mir was ab. Wie verlassen dabei, tölft ihr, was ist los mit dir? Hier, das Frostbissbuch nimmst du, oder was? Kannst du haben, du. Ähm. So, was nimmst du mir noch ab? Pass mal auf, hier. Was haben wir denn hier, ähm. Irgendwas, was viel Gewicht hat am besten. Das hier, nimm das mal. Und. Jetzt muss ich mal gucken, hier. Diadem der geringen Zerstörung, das kannst du eigentlich auch haben. Nimm das auch. Lass noch 200 irgendwas. Amulett von Mara, in der Erstellungstauber, kannst du dir auch haben, alter. Äh, äh, das kannst du auch haben. Ähm, steigt Gesundheit um 10 Punkte. Auch das kannst du haben. Maika regeneriert sich schneller. Komm, nimm's, nimm's einfach und lass mich in Ruhe. So. Ähm, was machen wir jetzt? Äh, erstmal gar nix. Ist fertig, oder? Ich weiß nicht. Ancano ist fort. Aber was immerher mit dem Auge getan hat, dauert offenbar noch an. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Bist du doof, oder was? Oh, dich kenne ich. Servus. Hey, du hast ne Schnieke-Rope, du. Da würde ich aber gerne mal mit tauschen, du. Ist gedacht. Wir wussten, dass ihr Erfolg haben würdet. Euer Sieg hier rechtzeitig unserem Glauben an euch. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, die Akademie von Winterfeste zu leiten. Was? Zu leiten? Ist es jetzt mein Laden hier? Ja, sehr schön. Äh. Ja, und nun? Das Auge ist instabil geworden. Es kann nicht hierbleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Ja, Mensch. Es muss gesichert werden. An Kanushandlungen beweisen, dass die Welt für ein solches Ding noch nicht bereit ist. Wir werden es sichern. Zunächst einmal. Selbstverständlich. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Akademie weiterzuführen und euer Leben weiterzulegen. Unser Dank gebührt euch, Erzmagier. Ich bin jetzt der neue Erzmagier. Oh, was geht ab? Halle, meine Frisse. Wie viel gibt es denn von dir? Hey, guck mal, die haben alle so eine coole Robe. Ich will auch so eine Robe. Hey. Hallo. Hallo. Ey. Was macht ihr da? Toilf dir, Mensch, du sagst gar nichts, ey, die nimmt es geschafft. Die Akademie ist dank euch wieder sicher. Ich wusste, dass ihr das Zeug dazu hattet. Ich wage zu behaupten, dass die CJs recht haben. Meiner Meinung nach hat es niemand mehr verdient, Erzmagier zu werden. Hier. Alles klar. Erachtet dieser als euer Eigentum. Und ebenso die Wohnräume des Erzmagiers. Wenn ihr ein Rad braucht, findet ihr mich hier. Sehr schön. Ja. Erzmagier, Rube. Ja, meine Frisse. Ist die gut? Alter, wehe, die ist nicht gut. Alter, wehe, die haut mich jetzt nicht von den Socken, du. Da ist was los. War ja richtig ein Aufwand für das Ding. Ja, was auf, ihr. Agurne von Dunlay. Ja, 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 was auf. Da ist auch noch irgendwas, ne? Nun, es würde ihm wohl nichts ausmachen. Das war natürlich alles vor meiner Zeit, wisst ihr. Ich habe die Geschichten gehört, genau wie alle anderen. Er war ein brillanter Schüler, ein versierter Zauberer. Hat sich auf eine Weise in Magie vertieft, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen hatte. Die ist der Wahnsinn. Er hat sich zu sehr darauf konzentriert, wie viel Macht er erlangen könnte. Ja, 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 macht das nicht gut. Nein, nein. Zu dem Unfall. Okay. Ja. Okay, na gut. Ähm. Könnte man mehr über Schutzzauber sagen. Ah, das ist gut. Ähm. Könnte mich in Veränderungsmagie unterrichten. Ich gebe gern etwas von dem weiter, was ich weiß. Das ist doch super. Hallihallo. Wir sind 30. Ne, aber da brauchen wir jetzt nichts. Äh. Das Entscheidende bei Schutzzaubern ist, dass sie Zeit zum Aufladen brauchen. Nicht lange. Aber ihr könnt nicht anfangen, ein Zauber zu wirken, wenn ein Feuerball schon auf euch zukommt. Und wenn ein Schutzzauber nicht durch einen Gegenzauber außer Kraft gesetzt wird, lädt er sich nach kurzer Zeit wieder auf. Aber seid vorsichtig. Langsam echt mal viel zu viel. Ähm. Erzmagierrobe heißt das doch, ne? So, hier haben wir sie schon. Oh. Alle Zauber verbrauchen 15% weniger Magieker. Du erhältst plus 50 Magier und Magier regeneriert sich 100% schneller. Das ist besser als das, was wir im Moment anhaben, oder? Riesentlich besser, oder? Adeptenrober der Zerstörung. Das ist besser als das, was wir im Moment anhaben, oder? Das ist besser als das, was wir im Moment anhaben, oder? Das ist besser als das, was wir im Moment anhaben, oder? Das ist besser als das, was wir im Moment anhaben, oder? Das ist besser als das, was wir im Moment anhaben, oder? Untertitelung des ZDF, 2020